Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal eine neue Möglichkeit vor, wie ihr nämlich mit Drop Servicing oder auch Flipping genannt Geld verdienen könnt. Ich habe euch ja bisher so die verschiedenen Geschäftsmodelle rund ums Drop Shipping gezeigt und heute beschäftigen wir uns mal mit einem neuen Geschäftsmodell, nämlich dem Service Flipping. Eine weitere Möglichkeit, damit eben Geld zu verdienen, ist es zum Beispiel die beiden Plattformen, eBay Kleinanzeigen und Fiverr zu nutzen. Hierzu habe ich jetzt einfach mal einen Service eingegeben, nämlich E-Books schreiben. E-Books waren auch eines meiner ersten Businesses, die ich gestartet habe und auch erfolgreich gestartet habe, denn ich erinnere mich noch, mein erstes Business ging schief. Das war in der Fitnessbranche und auch damals wollte ich ein E-Book verkaufen. Allerdings hatte ich eine eigene Webseite und natürlich hatte ich keine Kunden und auch keine Reichweite, denn ich war ja komplett blutiger Anfänger und wusste ja auch nicht, wo ich anfangen soll. Ich war damals 20. Ich weiß noch, ich habe auch da noch einen Coach gehabt, der mir da geholfen hat, die Webseite zu bauen. Ich hatte da Unterstützung mit WordPress und so weiter. Hat auch am Ende alles geklappt und die Kunden kamen auch. Aber es war dennoch sehr, sehr schwierig, dieses Produkt dann am Ende auch zu verkaufen. Aber das war wirklich so mein erstes Projekt, was in die Hose ging. Und dann aber später bin ich kurze Zeit darauf auf Amazon KDP gekommen. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, aha, ja, da kamen die Resultate instantaneously, ja, das heißt, die kamen direkt. Und das ist ja auch das, was einen dann motiviert, dran zu bleiben, ja, an diesem Business. Und dann habe ich natürlich nach und nach immer mehr, mehr produziert. Am Anfang waren es ein paar Euros oder sogar wenige Cents. Und es hat sich dann natürlich nach und nach dreistellig, vierstellig hat sich dann dementsprechend gesteigert, ja. Und deswegen kann ich halt sagen, KDP E-Book Business, darüber werde ich auch noch ein Video machen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, ja, Einsteigermöglichkeit. Natürlich ist es heutzutage etwas schwieriger geworden, aufgrund dessen, dass natürlich so viele Marktteilnehmer mittlerweile im Markt sind. Die Nischen sind schon relativ gut abgedeckt. Nichtsdestotrotz kann man immer wieder ein Schlupfloch finden, immer wieder irgendwo findet die Maus quasi, ja, ein Loch, wo sie reinkommt. Und genauso ist es auch hier im Online-Marketing. Das heißt, ihr solltet nie dieses Mindset haben, oh, ja, irgendwie, es gibt doch schon alle Services und alles ist schon vollkommen abgedeckt. Das ist das falsche Mindset. Mit dem Mindset dürft ihr nicht hier rangehen, sondern ihr müsst das Mindset haben. Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten im Internet und ihr müsst einfach nur Gas geben, ja. Okay, also, jetzt habe ich euch wieder sehr, sehr viel gelabert. Ihr seht es schon. Ich habe jetzt einfach mal hier eingegeben und zwar E-Book schreiben. Und dann bin ich hier auf dieses Thema gekommen, dass hier jemand aus Baden-Württemberg jemanden sucht, der ein E-Book schreibt. Und das Interessante ist, diese Person bietet das Ganze an hier für 300 Euro. Ja, also für 300 Euro ist sie bereit ungefähr, das Ganze anzubieten. Das heißt, ihr schreibt ein E-Book, beziehungsweise nicht ihr schreibt ein E-Book. Ihr sucht gleich eine Person euch raus, die für euch das E-Book schreiben werdet. Und ihr seid einfach nur der Vermittler zwischen Kunde A und Verkäufer B. Und ja, letztlich dieses E-Book lässt ihr schreiben. Das E-Book soll dementsprechend 15.000 bis 20.000 Wörter haben. Die Person schreibt jetzt auch hier rein, dass es 1 Cent pro Wort entspricht. Das heißt, es wären dann theoretisch 150 bis 200 Euro und nicht diese 300 Euro. Muss man einfach nochmal nachfragen bei den 300 Euro. Aber so erstmal, um den Überblick zu haben. Und dann das Nächste ist natürlich, okay, in welcher Nische ist sie denn tätig? Ja, das ist das zweite wichtige Thema. Selbstbewusstsein, Dating, Ernährung. Ja, auch das müssen wir im Hinterkopf behalten. Genau. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr, sehr cool finde, grundsätzlich ist sie auch daran interessiert, mit euch eine längere Partnerschaft einzugehen. Was gibt es besser, als wenn ihr dementsprechend Kundenservice bringt. Ihr bringt Service, ihr bringt Mehrwert. Und dann habt ihr dementsprechend einen Kunden gewonnen, mit dem ihr immer und immer und immer wieder Geld verdienen könnt. Was Besseres gibt es doch eigentlich so gesehen nicht. Und das hier war jetzt das, was ich euch vorstellen möchte oder wollte. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei Fiverr an. Ja, ich habe jetzt hier schon mal was ausgesucht. Ich zeige euch nochmal kurz, wie ich dazu kam. Dazu muss ich jetzt nochmal zurück zu den Einstellungen. So, und dann gehen wir wie folgt vor. Nämlich, ihr seht schon hier bei Fiverr gibt es so viele verschiedene, ja, dementsprechend Kategorien. Ja, wir sind jetzt hier in der Kategorie Writing and Translation. Dann Book und E-Book Writing. Übrigens Translation, also Übersetzungen, sind auch sehr gefragt. Auch das könnt ihr bei eBay Kleinanzeigen suchen. Wichtig ist immer, viele Leute fragen, okay, ja, warum jetzt eBay Kleinanzeigen? Deswegen, ich könnte es doch auch bei eBay machen. Nein, könnt ihr eben nicht, weil eBay hat da gewisse Einstellungen, Kategorien, die ihr wählen müsst. Und dementsprechend kann man leider bei eBay nicht so einfach Dienstleistungen anbieten wie bei eBay Kleinanzeigen. Deswegen bietet sich eBay Kleinanzeigen für Dienstleistungen besser an. Genau, und nichtsdestotrotz, ich meine, bei eBay gibt es genügend Leute, die auch auf der Suche sind nach Dienstleistungen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So, jetzt hier, wie bin ich drauf gekommen? Und zwar folgendes. Wir sind jetzt hier bei Book und E-Book Writing. Und wir müssen im Grunde genommen eigentlich jetzt nur noch die Einstellungen angeben, sodass wir dementsprechend die richtigen finden. Ich sehe jetzt schon mal hier gleich Caroline Blair. Ja, die scheint auch deutsch zu sein, hat über 210 Bewertungen, 150 Euro. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Preis, aber die hat schon einiges tatsächlich hier an Service geliefert. Okay, ja, der Premium Service, 560 Euro, da lässt sich nichts mehr verhandeln. Ja, manchmal kann man tatsächlich noch verhandeln, wenn man ihr sagt, okay, hier, wenn du gute Arbeit leistest, dann werde ich immer und immer wieder bei dir bestellen. Ja, kann man machen, aber ihr seht schon, also 10.000 Wörter haben bei ihr auf jeden Fall einen Preis. Jetzt nochmal dazu, okay, wie gehen wir vor, damit wir eben nur die deutschen Ghostwriter finden. Und dazu müssen wir verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum einen natürlich hier Seller Details. Seller speaks German. Natürlich könnt ihr auch das Seller Level angeben, das mache ich jetzt mal in dem Falle nicht. Vielleicht auch noch, lives in Germany, wäre auch nicht verkehrt. Dann wisst ihr nämlich, dass es wahrscheinlich ein native German Speaker ist. Ich gehe das jetzt einfach mal alles Schritt für Schritt durch. Genau, I will write you in a native German. Der Punkt ist natürlich, für native German Speakers zahlt ihr natürlich deutlich höhere Preise. Das muss man natürlich auch dazu sagen, als wie wenn ihr jemanden nimmt, der vielleicht aus dem Ausland kommt, aber doch, ich sag mal, ganz in Ordnung die deutsche Sprache beherrscht. Nur, ganz in Ordnung reicht halt eben meistens dann doch nicht aus, um auch langfristige Partnerschaften mit jemandem einzugehen. Wie ich euch gerade hier gezeigt habe, bei eBay Kleinanzeigen mit dieser Person, die kreative Schreiber sucht. Das ist nicht möglich, wenn die Qualität darunter leidet. Deswegen bin ich schon der Überzeugung, dass jemand die deutsche Sprache wirklich beherrschen muss. Und, genau, so, hier zum Beispiel, ja, I will write you non-fiction, ghost, e-books und so weiter, up to 15.000, ja. Also, sie würde zum Beispiel 15.000 Wörter schreiben für 240 Euro, ja, Valerie Books. Das heißt, so gesehen, und das alles hier auch in der Kategorie auch immer wichtig schauen, sie schreibt das Ganze hier rund ums Thema, ja, Nutrition, Health und so weiter. Sie schreibt den Text jetzt auch hier auf Englisch, aber sie spricht anscheinend auch ganz gutes Englisch, kommt aber aus Deutschland. Ja, from Germany, genau. Ja, so, also 240 Euro für 15.000 Wörter ist okay, kann man verhandeln mit der Person hier bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe tatsächlich noch ein klein wenig besseres Angebot gefunden, und zwar nämlich die Person hier, die Carolyn, oder Carolin, sorry, dass ich jetzt Carolyn sage, aber die Carolin Male, ja. Aber sie schreibt tatsächlich auch schon hier, up to 10.000 vor 77 Euro. Jetzt ist es natürlich so, vielleicht können wir mit ihr verhandeln, dass wir auf 15.000 gehen, dafür dann aber, sagen wir mal, 100 Euro zahlen, ja. Mit Sicherheit kann man das mit ihr vereinbaren. Sie hat natürlich jetzt hier nicht dieses Package zur Verfügung gestellt, ist aber möglich, mit Sicherheit das nochmal auszuhandeln. Und dann würden wir so gesehen eine Person haben, die für 100 Euro uns ein, ich hoffe mal, ziemlich gutes E-Book schreibt. Ja, wir müssen auch immer schauen auf die Bewertungen, auf die ganzen Rezensionen und so weiter. Das ist wirklich wichtig, dass wir wissen, okay, diese Person schreibt schon wirklich lange. Also sie schreibt hier, sie hat 10 Jahre professionelle Erfahrung im Schreiben und im Editing, was wirklich nicht schlecht ist. Genau. Allerdings Bewertungen sehe ich bei ihr leider keine. Ja, und das macht es natürlich etwas unglaubwürdig, wenn sie seit 10 Jahren schreibt, aber noch keine Bewertungen hat. Hm, da bin ich dann doch etwas skeptisch. Ja, also da solltet ihr dann auch skeptisch sein. Und vor allen Dingen, sehr, sehr wichtig, überprüft die Texte unbedingt auf, ja, dass diese Texte kein Plagiat enthalten. Da gibt es verschiedene Software-Tools, Plagiat-Finder und so weiter. Ist super wichtig. Habe ich bei meiner Bachelor-Thesis übrigens auch genutzt. Und die Bachelor-Thesis war ein sehr großer, ja, Meilenstein in meiner gesamten Bachelor-Laufzeit. Und, ähm, ja, ich meine, das konnte ich ja nicht outsourcen. Hätte ich aber vielleicht doch eher tun sollen, denn meine Note war leider nicht die beste. Ich habe damals zum Thema, ähm, Trading-Roboter mit Aktienhandel, ja, oder Trading-Bots im Aktienhandel geschrieben. Es war ein sehr kompliziertes Thema, es war ein hochaktuelles Thema. Und, ja, aber meinem Professor hat es tatsächlich nicht so wirklich gefallen. Gut, anyways, zurück zum Thema. Ich hoffe, das Thema habt ihr wirklich gut verstanden, ja. Und, ja, wie gesagt, checkt es aus. Aber schaut halt immer, wenn diese Person keine Bewertungen hat, dann würde ich tatsächlich dann doch eher zur nächsten Person springen. Und so geht ihr einfach nach und nach das Ganze hier durch, bis ihr dementsprechend die Person gefunden habt, wo ihr sagt, okay, das lohnt sich. Ja, mit dieser Person wäre es theoretisch auch möglich gewesen, ähm, da ist dann die Provision oder beziehungsweise euer Gewinn halt nicht so hoch. Genau, so, Benny Grünwilder, up to 500 Premium, ja, okay, können wir vergessen. Ja, genau. Also, das ist das eine, was wir machen können, ist Ghostwriting. Und das nächste, was theoretisch auch noch sich verkaufen lässt, würde, wäre zum Beispiel, sagen wir mal, rund ums Thema Übersetzungen, ja, Übersetzungen, Logos, wo Logos mittlerweile so viele Leute machen, würde ich auch eher von abraten. Ähm, aber auch hier so solche Dinge wie zum Beispiel Marketing, ja, ihr müsst euch einfach mal auf dieser Plattform umschauen und dann findet ihr verschiedene Services und dann müsst ihr einfach gucken, okay, werden diese Services hier bei, äh, Ebay-Kleinanzeigen gesucht oder nicht und dann könnt ihr ganz einfach dieses Flipping-Business starten. Ja, und in der nächsten Zeit werde ich euch auf jeden Fall noch weitere Flipping-Geschäftsmodelle zeigen, neben dem Thema Übersetzungen schreiben und, ja, Ghostwriting. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da und vor allem Dinge, abonniert den Kanal, der Kanal ist noch zu klein. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Abonnenten und dann kann ich auch in Zukunft mehr Content hier auf diesem Kanal liefern. Mein Ziel ist es wirklich, die tausend Abonnenten zu erreichen, um dann dementsprechend auch, ja, mehr sichtbar zu werden für ein breites Publikum. Macht's gut, bis dahin. Ciao.